hey leute ich wollte euch kurz nur ein bisschen abstimmen lassen über die zukunft meines autos über nichts geringeres als die existenz meines autos ja genau das ich werde euch gleich zwei videos vorspielen also zwei autos abspielen und ihr dürft jetzt entscheiden welches auto ab jetzt hinter meinem videos laufen soll also ja entscheidet jetzt auto 1 oder auto 2 los geht's so so Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, stimmt jetzt ab, oben in der Infobox, ja, einfach auf das i klicken und entweder ist es hier oder ist es hier, ja, ich weiß es nicht, klickt drauf und stimmt ab, altes Intro, Nummer 1, neues Intro, Nummer 2, okay, ihr habt jetzt so ungefähr 5 Sekunden Zeit, los geht's. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020